Man sollte also wenigstens in der europäischen Geistesgeschichte-Firm sein, die globalen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht nur kennen, sondern auch durchschauen, sich mit Poesie beginnend mit der Barock-Lyrik auskennen, ein mehr als fundiertes musikalisches Grundwissen haben, das von der amerikanischen Populärmusik über die Oper und Operette bis hin zum französischen Chanson reicht, ein ausgewiesener Theaterkenner mit erlesenem Geschmacksurteil sein, sowie ein Fußball- und Boxexperte. Überdies sollte man natürlich auch eine tiefreichende Kenntnis vom Werk des Künstlers selbst haben, das aber leider Gottes schier unüberschaubare Ausmaße hat. Nach kurzem Überschlagen all dieser Anforderungen und nach einem Vergleich mit meiner Person war ich daher meiner bescheidenen Einschätzung nach schon einmal ausgeschieden. Daher suchte ich schleunigst nach einem würdigen Ersatz. Doch die in Frage kommenden Herrschaften waren entweder schon verstorben oder taten so. Taten so, als ob sie nicht zu Hause sind. Einige wenige wurden, als der Name Werner Schneider fiel, sogar grob unhöflich. Ich will Ihnen die Nennung von Details aus Respekt vor der feierlichen Atmosphäre heute hier ersparen. Schlussendlich blieb es also doch an mir hängen, diese Laudatio zu übernehmen, in der Hoffnung, dass Sie es nicht merken werden.